Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid Mein Schlafzimmer, ihr seht hier die Blume des Lebens, also erstmal wird natürlich der ganze Raum hier gewürdigt, geheiligt. Hier schläft meine wunderbare Frau, da seht ihr schon das Terra Pro Schlafsystem und zwar das Verbindungskabel. Und hier drüben ist meins. Wir gehen aber auf die Seite von meiner Frau und schauen uns das Terra Pro Schlafsystem an. Hier ist unser Baby-Vorzuh, was haben wir hier natürlich noch? Leute, ich erzähle nicht nur die Sachen, ich setze hier auch um. Jetzt hier haben wir ätherische Öle, für unser Baby haben wir Lavendel, für mich haben wir auf der anderen Seite natürlich Zirbelöl. Jetzt gucken wir mal hier unter die Matratze. Wir können mal zoomen, gehen wir in die andere Richtung. Gucken wir mal hier drunter und was haben wir da? Terra Pro Schlafsystem. Also, ihr wundert euch bestimmt auch, wieso mein Bett so einen komischen Neigungswinkel hat. Ja, Leute, das Bett sollte insgesamt hier hinten 20 cm höher sein als hier. Ja, weil dann die Säfte besser zirkulieren, wenn ich eine ganz eigene Sendung darüber mache. So haben die ägyptischen Pfarrer oben geschlafen, solltet ihr auch machen. Das heißt, das ganze Bett mit einem Neigungswinkel nach unten, ich schlafe auch ohne Kopfkissen, und das ist die Terra Pro, das Terra Pro Schlafsystem. Ihr seht, das ist die Erdung, von der er gesprochen hat. Das heißt, diese Erdung wird hier unten einfach an die Steckdose angeschlossen. Und ihr seht, wir haben auch das gleiche Problem wie viele Schlafzimmer direkt neben dem Kopf. Solche Anschlüsse, Steckdosen unten, etc. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Leute, dieses Schlafsystem anzuwenden. Was habe ich unter dem Schlafsystem? Eine Tempur-Madratze für 1800 Euro, die natürlich auch wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Investition war. Manche sagen, die wäre zu weich, da gibt es verschiedene Stärken. Ich führe die sensationell, seitdem hatte ich meinen Schlaf auch verändert. Und was ist da drunter? Was ist das, Leute? Zirbenholz. Zirbenholzlattenrost. Ich erzähle nicht nur, Leute. Ich setze auch um. Hat auch nochmal 800, 900 gekostete Schlafzimmer. Was ihr seht, wie ihr seht, mir sehr, sehr wichtig. Das heißt, alleine das. 800, 1200, 800. Das Bett ist ein Riesenteil. War nicht so teuer, hat einen Schreiner gebaut. Aber insgesamt habe ich mir einiges hier ausgegeben für dieses Schlafzimmer. Aber dafür liege ich hier auch gar nicht. Und das ist ganz wichtig, Leute. Melatonin, wir hatten darüber geredet. Aha, komplett verdunkelt. Ja, ihr seht. Die Fenster werden neu gemacht noch. Kommt heute der Ingenieur. Baby, tut mir leid, dass ich unser Schlafzimmer so zeige. Wir sind hier noch in Baumaßnahmen. Das heißt, wir sind noch überhaupt nicht fertig. Das hier ist auch immer komplett abgedunkelt, wenn wir schlafen. Damit die Melatoninproduktion stimmt, Leute. Also, Leute, ganz wichtig. Hier aber nochmal auf meiner Seite, damit ihr nicht seht, dass ich denke, dass ich lüge. Hier haben wir Zirbenöl. Zum Schlafen versprühe ich das hier immer. Ja, ganz klar. Dann der Wecker. Seht ihr, wieso? Wieso ist er so? Weil ich immer die Sicherung rausmache. Und dann mache ich sie wieder an, damit das Licht geht. Deswegen leuchtet der jetzt so komisch. Weil ich mache die Sicherung trotzdem noch raus. Die Erdung funktioniert trotzdem. Und hier auf meiner Seite natürlich auch die TerraPro-Matte. Ja, TerraPro-Matte. Sorry. Sorry, Bernd, falls du das siehst. Das TerraPro-Schlafsystem natürlich. Und Zirbenholz etc. Alles da. Tut mir leid, Schatz. Wie gesagt, dass ich den Leuten so unser Zimmer zeige. Ah, seht ihr? Da hinten haben wir einmal das Symbol der Weiblichkeit. Das Runde hier. Und bei mir auf der Seite haben wir das Symbol der Männlichkeit. Ja? Ying und Yang. Und drüber, verbunden durch die Blumen des Lebens. Leute, ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich kann es euch nur empfehlen, es mir nachzumachen. Macht euer Schlafsystem, euer Bett genauso wie ich. Senkrecht stellen, 20 cm. So runtergehend. Ohne Kissen schlafen. Holt euch eine gute Matratze. Ihr müsst keine Tempur holen. Das ist Luxus pur. Aber es muss nicht sein. Ihr könnt euch auch irgendeine harte oder eine ganz dünne Matratze holen. Da gibt es wunderbare mittlerweile. Ganz wichtig, Lattenrost oder am besten das Bett komplett aus Zirbenholz. Wir haben hier so ganz bestimmte Zirbenholzteller, dass wenn man sich dreht und so nicht diese komischen Kuhlen entstehen. Und ganz wichtig natürlich auch, wenig ins Schlafzimmer. Das heißt, kein Fernseher haben wir nicht. Kein Schrank am besten, keine Kleider, nichts. Das Schlafzimmer sollte leer sein und komplett verdunkelt, Leute. Ja, ganz wichtig, Bett schiefstellen, Leute. Es sind alles kleine Einflussgrößen, die zum Schluss ein großes Ganzen ergeben. Und hiermit sage ich euch, gute Nacht. Ich werde zwar noch nicht schlafen gehen, aber ich wünsche euch eine gute Nacht auf dem TerraPro-Schlafsystem. Danke euch für die Aufmerksamkeit, Leute. Und hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ich zeige euch meine ganze Wohnung, wenn sie fertig ist, Leute. Wir bauen hier gerade was Wunderbares auf, damit ihr seht, wie ihr das idealerweise machen solltet. Ciao und macht's gut. Ja, lieber David, ich bin wieder zurück in Österreich und wollte mich noch bei dir für die Einladung bedanken und bei den Zusehern für das große Interesse und fürs Durchhaltervermögen bis zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte einiges zum Besten bringen, Zusammenhänge erklären. In der Welt der Fachspezialisten ist es ja überwiegend üblich, dass die Zusammenhänge oder nur immer ein, zwei Probleme gesehen werden, aber die großen Zusammenhänge einfach nicht. Ja, ich habe einen Zettel in der Hand, dass ich nichts vergesse. Ich wollte nur sagen, diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, dieses Jahr Gesundheit zu verschenken bzw. sich selbst zu beschenken, treffen wohl die beste Entscheidung in ihrem Leben. Es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der die Gesundheit so mannigfaltig bedroht worden ist wie heute. Und von daher gibt es wohl nichts Besseres, wie seine Gesundheit zu erhalten und genau in den Ursachen der Probleme anzusetzen und nicht nur die Symptome zu behandeln. Was dich angeht, David, du bist total euphorisch, hast du deine Entwicklung erklärt und das ist so schön für mich zu beobachten und das ist auch keine Seltenheit. Ich habe solche Meldungen doch auch sehr häufig, aber es gibt halt auch die andere Seite. Menschen, die so komplett dicht sind, die so desensibilisiert sind durch Gifte, durch Mobilfunk, sich selbst überhaupt nicht mehr spüren. Da muss man ganz klar sagen, dass solche Leute, das sind vielleicht 15, 20 Prozent, auch eine positive Richtung nicht mehr spüren. Und das dauert einfach seine Zeit. Also ich möchte ganz einfach sagen, ich möchte Erwartungen dämpfen. Es ist nicht bei jedem so wie beim David, es gibt auch die andere Seite. Aber ich wünsche Ihnen, dass es so ist wie beim David und dass Sie diese Bewusstwerdung und die Gesundwerdung tatsächlich so erleben. Ja, ich nehme mal an, dass jetzt wieder ein größerer Traffic in unsere Richtung geht. Und ich bitte darum, uns nicht anzurufen. Es ist wirklich nicht mehr möglich, da jedem telefonisch zu beraten. Wir sind kein Riesenunternehmen mit einer Hotline. Ich bitte, ein E-Mail zu schreiben, entweder über Kontaktformular auf der Seite www.therapro.eu. Steht ganz oben, kontaktieren, also bestellen. Und da erscheint auf jeden Fall, ich war jetzt schon lange nicht mehr auf der eigenen Webseite, auf jeden Fall ist oben praktisch ein Button, den Sie drücken können. Und dann tut Sie ein Kontaktformular auf. Wichtig ist für uns, Sie können auch an info.at www.therapro.eu schreiben. Wichtig ist für uns ganz einfach, Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer. Ja, was die Fragen angeht, die immer wieder an uns gerichtet werden, sind eigentlich immer wieder dieselben Fragen. Die häufigste Frage ist, eigentlich hilft es bei diesem oder jenem? Hilft es bei Tinnitus, hilft es beim entzündeten Knie, hilft es bei diesem oder jenem? Man muss das wirklich ganzheitlich betrachten. Unser Körper besteht aus 80 Billionen Zellen. Und irgendwo fängt halt das Problem an, aber wir müssen den ganzen Körper bewahren. Und das tut unser Konzept. Und es ist ganz egal, welches Problem, wir fangen an der Basis an und beseitigen die wirklich tiefsten Ursachen. Und für alles Weitere ist dann der Heilpraktiker, Therapeut oder Arzt zuständig. Möglich, dass Sie auch ganz gesunden, es ist nicht selten, sogar eher überwiegender Fall. Aber es ist einfach mal wichtig zu verstehen, dass wir die basalen Ursachen beseitigen. Und was dann übrig bleibt, das können dann andere therapieren. Ja, und die nächste Frage, ist wirklich alles so einfach bei euch? Und das können die meisten nicht glauben, weil wir leben in so einer hochkomplexen Welt, dass man das Einfache ganz einfach nicht mehr für möglich hält. Und ich kann nur sagen, ja, es ist so einfach, weil mit der Terra Pro kommt ganz einfach die große Intelligenz wieder ins Boot zurück. Der Lotse geht wieder an Bord und komplex bedeutet ja schwer lösbar oder nicht lösbar. Und komplexe Vorgänge in unserem Körper werden oder wurden immer von Mutter Natur gelenkt. Und das tut sie dann auch wieder, wenn sie kann. Zunehmend, nicht von heute auf den Orden, aber zunehmend mit der Entgiftung des Körpers kann sie das wieder. Und damit wird alles Weitere wirklich total einfach. Ja, was ich noch sagen möchte, natürlich mit der Natur holen wir uns diese Intelligenz wieder an Bord. Und wie ich es schon, glaube ich, im Filmbeitrag gesagt habe, mir ist relativ egal, wie die Dinge in meinem Körper funktionieren. Wenn ich weiß, dass ich darauf vertrauen kann, dass sie wieder funktionieren, dann ist das für mich einfach wichtig. Ich muss nicht das Wie hinterfragen. Ja, noch zu den Texten auf der Webseite, Broschüre, USW. Wir mussten natürlich lange den Ball flach halten und deshalb habe ich mich in den letzten Monaten entschlossen, neue Texte zu schreiben und einfach mutiger aufzutreten. Wir sind also gerade in so einer Übergangsphase, altes Material noch raus, Webseite umbauen. Es ist noch die alte Webseite. Es wird in den nächsten Wochen nach und nach mehr neues Material auftauchen. Ich bitte daher um Verständnis, dass manche Dinge noch nicht in Broschürenform vorliegen, sondern in reiner Manuskriptform. Wir senden es gerne elektronisch zu. Schreiben Sie uns einfach Infomaterial per E-Mail oder per Post zusenden. Kein Thema. So, Weihnachten steht kurz vor der Tür. Ich möchte allen, die zusehen, eine besinnliche, schöne Zeit wünschen mit ihren Lieben und ein gutes neues Jahr. Vor allem ein gesundes neues Jahr und schauen wir mal, was das 2018 an Veränderung für uns bringen wird. Ich bin optimistisch, dass nach einer vielleicht großen globalen Veränderung einfach jetzt eine gute Zeit auf die Menschheit zukommt, wo die Gesundheit wieder die oberste Rolle spielt und die Gesundung der Gesellschaft. Das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich für das Zusehen bis hierher und wünsche Ihnen oder Euch allen nur das Allerwächste. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.